Die Stadt Balingen hat in diesem Jahr mit großem Erfolg am Stadtradeln teilgenommen. Mehr als 500 Fahrer fuhren in drei Wochen mehr als 70.000 Kilometer, was mehr als 5.000 Fahrten und einer CO2-Einsparung von 12 Tonnen entspricht. Bestes Team war die Freie Waldorfschule Balingen mit mehr als 9.000 Kilometern, vor der Sichelschule und den Kirchenvertretern. Die Ergebnisse des vergangenen Jahres hat Balingen bei weitem übertroffen. Im Zollernalpkreis hat sich die Stadt vom 8. auf den 2. Platz vorgekämpft.